Rappen ist was für Deppen. Was für Digger, wer bin ich geworden? Sonja, gewinnst du? Ja, ich hab 1632, der hat 2... Sag mal Punkte. Der hat 215, der Armin ist clean. Und ich war vor, vor drei Runden hatte ich 6000 Punkte gehabt. Was kommt mit dir? Nur weil dir keiner jetzt was schickt hat. Nicht mal Rosen bekommst du arme Skinny. Ich hab Ferrari bekommen. Ey, aber guck. Jetzt 2600. Was hast du immer noch 219? Warte, wie armselig. Manche haben schon geschrieben und ich hab gemacht. Und die haben... Sag mal, Kasem soll rauskommen. Ich hab eine richtig lustige Idee. Kasem, komm raus. Wie viele Zuschauer hast du? 40. Gib mal her. Aber Kasem soll rauskommen. Komm her. Leute, ich hab jetzt das Handy. Wir machen jetzt was richtig witziges. Okay. Und zwar sind wir hier gerade auf TikTok live. Und ich bin hier mit der Kamera. Wir werden jetzt folgendes machen. Ich hab Kasem und Sonja vor mir sitzen. Und zwar, ihr stellt jetzt Fragen. Also ihr stellt die Fragen. Ich lese vor. Und die beiden müssen die jetzt beantworten. TikTok stellt die Fragen an Sonja und Kasem. Ich würd mal sagen... Ja bitte normale Fragen. 3, 2, 1, let's go. Wer dumme Fragen mit dummen Fragen kommt Covid. Also, erste Frage von Ibo. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. Oh, schneller wie Kasem. Deutsche Busner. Richtig, Sonja. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 300.000, nein, nein. Doch, 800.000. 80 Millionen. Wir haben 9, 20 Millionen. 83 Millionen. Hat Kasem eine Freundin? Nein. Hat er mehrere Frauen? Nein. Ah, One-Night-Stand. So, ja. So, okay. Safe. Immer alleine. Ganz alleine. Single. Glücklicher Mann. Jede Junge, jede Zeit hat One-Night-Stand. Wie? Warum babbelst du alleine? Warum lügst du? Der sagt nicht lügen. Ich meine nur. Ich sag nur nichts. Aber kann ja sein. Wochenende. Niemals alleine. Ich bin immer alleine. Also, One-Night-Stand hast du auch nicht? Nein, Mann. Gar nichts. Samstag, Sonntag arbeite ich, Leute. Okay. Als was Pizza liefern? No, Mann. Arbeit lang. Ist nicht Dose. Ja, und wir haben Samstag. Was willst du? Wir haben die Katten schon nicht mehr. Samstag über 6. 3 Uhr nachts, Samstag, zwei Dose. Das ist gar nichts, gar nichts. Bei dir ist jeden Tag Samstag. Donntag, Samstag. Nein, ich hab mich ja besser. Nee. Du wirst bis 8 Uhr schlafen. Ja, aber ich hab einen Mandeln zurück. Wieso biefen sich Sonja und Kasem immer? Ja, weil der denkt, dass er was Besseres ist. Alle Dose und sowas. Ja und? Bist mein Vater? Nein. Bleib ruhig. Warst du einmal normal vor dieser Kamera? Ja, aber ich war glücklich. Niemals. Der kann mich nur schlecht darstellen wegen einer Dose. Wegen einer Dose. Warum wird's verkauft? Wir sind hier in Deutschland. Wenn du nicht klarkommst, dann geh in dein Land. Walle. Der macht mich fertig wegen einer Dose. Walle reicht. Klärt sich Sonja heute ein Boy? Nein, ich *** diese Boy. Ich geb den Upper Cuts. Ich brauch keinen Boy. Ich schaff meine Mutter. Ich bin selber ein Boy. Wann heiraten die beiden? Wann kommen neue Zitate von Kasem? Kasem? Eine Geschichte wollen wir. Also ein Zitat von dir. Komm. Ein Zitat? Ja. Ein Mann ohne Bauch. Ein Mann ohne Bauch. Das war's oder was? Ja, Mann. Ein Liebesgedicht. Ein Liebesgedicht. Was sag ich? Neben diesen Mädchen und Liebesgedicht gibt's mich. Wir machen das jetzt wie in einem Bollywood Film. Guck jetzt. Klause. Ja. Was bedeutet Liebe? Liebe? Sie hat keine Ahnung was es bedeutet. Warum zeigst du auf mich? Bist du verliebt oder was? Als Maulalle rede mit mir normal. Walle. Jede Sache von Liebe. Der mischt mich halt. Warum schreist du? Walle. Also liebe Leute, Liebe. Liebe. Wenn ich Respekt habe von meiner Familie, meiner Mutter, das ist Liebe. Wenn die sind zufrieden, das ist Liebe. Ja, das ist so. Nicht so. Mit 17. Es gibt verschiedene Arten und Weise von dir. Ich kann nicht. Warum kommst du aber auf mich so? Lass doch. Ich meine allgemein. Warum gehst du dich ein, alle? 17. Wie ist das? Was redest du jetzt? Was gehst du an, alle? Für dich mal. Wenn ich rede. Soll ich auch mit deiner Familie ankommen? Nein, also. So eine Money-Karte. Familie bleibt nicht in dieser, äh, äh, äh. Wo sind die? Ja, 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 ja. So eine Money-Karte. Ja. Was bedeutet Liebe? Liebe? Geben und Nehmen. So wenn der, zum Beispiel die Beziehung und der eine liebt mehr und der andere, es gibt's immer einen, der liebt, äh, weniger als der andere. Deswegen immer gleichzeitig lieben, sonst kaum. Weil so geben und nehmen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären so alle. Beide müssen gleich Kopf haben, wenn nicht Covid, einer wird gehen und einer wird vermisst. Oder Schlägerei. Hast du selber verstanden, was du gesagt die ganze Zeit? Was war das? Ja, geben und nehmen. So Respekt haben. So, diese meine ich. Liebe? Ja, Liebe. Covid warst die andere Frage. Okay. Was ist dein Ziel? Nein. Mein Ziel ist, groß rauszukommen mit guter Art und Weise. Warst du Deutsch? Nein. Ja, gut, so gut, so groß rauszukommen. Irgendwann, schade. So nach drei, vier Jahren, egal ob's auch irgendwann. Ja. Was ist die Hauptstadt von Albanien? Keine Ahnung. Äh, Pristina. Wo der? Ist doch Albanisch. Hauptstadt von der Schweiz? Österreich. Zurich. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Germany. Berlin. Berlin. Wie viele Bundesländer hat Bayern? Warum nicht? Weil Bayern ist eine Stadt. Ja, nur Deutschland besitzt. Bayern ist ein Bundesland. Wo wächst der Pfeffer? Pfeffer? Also meinst du diese Schaffung so? Wo wächst der Pfeffer? Was ist Wassermelone? Wassermelone? Drin Frucht, Fleisch und dann auch... Du sagst Wassermelone ist eine Frucht. Ja, es ist... Bitte freuen sich. Ewa Dietzen macht mit her. Das ist der Juni. Also du sagst Wassermelone ist eine Frucht. Das ist eine Frucht. Was sagst du? Liff, wenn du ein... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Guck da nicht hin. Dreh mal dein Handy zu mir. Zu mir, zu mir drin. Zu mir. Zu mir drin. Okay, lass so. Lass so. Ja? Was ist Wassermelone? Das ist Wassermelone. Ja, aber sie sagt... Fruchtfleisch. Sie sagt, das ist eine Frucht. Was sagst du? Das ist Obst. Obst? Guck mal. Ist Wassermelone eine Frucht? Obst? Gemüse? Oder ein Kürbis? Gemüse tragen wir mit uns. Das ist ein Kürbis. Ich hab doch grad Kürbis gesagt. Wassermelone ist ein Kürbis. Höchster Berg auf der Erde. Äh, Mont Everest oder so. Ich hab nicht verstanden. Höchster Berg. Höchster Berg? Ja, es gibt's. Auf der Erde. Mont Everest, das höchste Berg. Wie viele Planeten gibt es? Äh, elf. Zähl mal auf. Saturn, Mars, Erde. Warte, 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 warte. Ja. Jetzt nochmal. Saturn, Mars, Erde. Das hört schon auf, oder? Ähm. Warte. Planeta... Nicht Planeta... Was laber ich? Pluto, Neptun, Uranus... Was gibt's noch? Planetarius? Ich kenne gar keine. Warum? Nein. Wer war Obama? Der Trump, aller Trumps, aber jetzt weggeschoben. Wer war Obama? Obama war Präsident von Amerika. Ah, ich sag Donald Trump. Wer war Donald Trump? Auch. Das ist der Präsident. Jetzt nicht. Wer ist Angela Merkel? Ich war ein Präsident von Deutschland. War. Aber ja, jetzt wird die nicht mehr angenommen, weil die zu alt ist. Gewonnen ist. Noch das ist so. Wenn die alt werden, dann die jetzt... Machen die weg. Ja, Berlin wird am Anfang mit B geschrieben und hinten mit H. Stimmt das? Nein. Mit N. Warum? Ja, bei Berlin. Warte auf, ich lese nochmal. Berlin wird am Anfang mit B geschrieben und hinten mit H. Stimmt das? Nein. Warum nicht? Weil Berlin... Ja, Berlin mit B, aber hinten mit H. M. Nein, hinten ist doch auch ein Wort. Hinten. Mit H. Ja, H hinten. Ja, hinten. Hinten. Mit zwei verschiedene Wörter. Hinten, diese Worte besitzt ein H. Besitzt ein H. Guck mal. Ja, wir drehen gerade Video, Leute. Wie heißt der neue Kanzler von Deutschland? Dieser neue Mann, ich hab nicht... Sag mal leise. Sag mal leise. Buzner. Buzner. Neue Kanzler. Das ist ein deutscher Buzner. Der will uns jetzt Corona zu Putin und so machen. Leute, ich weiß nicht sein Name von Putin und so. Wir haben ein Ding bekommen. Und wenn ein Präsident, weil Angela Merkel ja weg ist, haben wir ja ein neues Ding bekommen. Präsidenten, aber ich weiß seinen Namen nicht. Würden die beiden eine Woche 24 Stunden miteinander chillen oder eine Woche im Gefängnis alleine chillen? Gefängnis alleine mit Handy chillen. Warum sagst du direkt mit diesem Mund? Wallah. Warum lügst du? Du warst zwei, drei Wochen bei mir. Weil ich darf das... Zwei, drei Wochen? Machst du auf zwei, drei Stunden? Drei, zwei Wochen oder was? Mit dir kann man nicht eine Stunde chillen. Was macht das? Buzner. Buzner. Ja, okay. Danke für deinen Reis. Danke für deine Wohnung. Wer war Michael Jackson? Ein Hip-Hop-Star, der verstorben ist. Hip-Hop-Star? Ja, war er. Wer war Michael Jackson? Michael Jackson war ein bekannter Mann aus Amerika. Amerika? Ja. Was? Amerika. Amerika? Das ist meine Haar, Leute. Das ist meine Haar. Ich sage, was ich will. Deine Haar? Wo lebt Shakur? Wer ist Shakur? Ah, Tupac Shakur. Der lebt im Himmel. Das ist nicht so. Das ist böse gemeint. Das ist doch so, oder? Wie hieß das Geld in Deutschland für Euro? Patte. Ja, was? Euro. Dollar. Ey, von sechs Kerzen werden vier ausgepustet. Wie viele sind noch an? Null. Was für eine kleine Kinderfrage, Ale. Ja, dann antworte mal, bevor du so hässlich guckst. Zwei. Guck mal, wie hässlich. Du bist eine hässliche, Ale. Kindergarten. Okay, wir haben im Aquarium zehn Fische. Vier davon ertrinken. Wie viele bleiben übrig? Ja, wir ertrinken die. Was sagt ihr? Gar keine. Die schwimmen doch. Wie viele bleiben übrig? Sechs. Null. Also, in einem Aquarium sind zehn Fische. Vier ertrinken. Wie viele bleiben noch übrig? Alle zusammen. Alle Geld sterben, oder? Also ertrinken. Vier ertrinken, sechs bleiben. Wie heißt das Geld in Marokko? Fluss. Wohl weiß ich. Ich bin Marokkaner, oder was? Wie heißt das Geld in Dubai? Dubai ist... Dollar und... Dinar, glaube ich. Dinar. Ich war auch nicht da. Dinar. Baghdad ist Dinar. Diham. 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 Was ist das Geld. Dinham. Ich bin scheiße. Dinham. Dinham. Wohl!